Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu UML, der Unified Modeling Language. So, heute, ich lösche das gerade mal hier als Beispiel, heute geht es um eine neue Art und Weise, wie ihr Sachen darstellen könnt. Nein, eigentlich nicht neu. Es geht um reflexive Assoziationen. Assoziationen hatten wir hier oben und zwar, wir hatten gesagt, ein Zuschauer hat eine Like-Liste von Videos, also eine Liste an Videos, die er geupbautet hat. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen eine reflexive Assoziation zeigen. Ja, was bringt uns das? Das können wir uns vielleicht an einem Beispiel besser vorstellen. Denkt zurück an die Listen, die wir hatten und ja, jetzt haben wir hier nicht die Klasse Listen, sondern wir haben ein Listen-Element. Das heißt tatsächlich nur ein einziges Element und ich hoffe, ihr wisst, wie Listen aufgebaut sind. Das heißt, dass ein Element auf das nächste verweist und so weiter und so fort. Und jetzt wisst ihr auch schon relativ genau, was ich vorhabe. Wie ihr wahrscheinlich euch noch erinnern könnt, ein Listen-Element hat als Next-Element, das heißt sozusagen hier ein Next und das hat auch wieder ein Listen-Element. Solche reflexiven oder rekursiven Abhängigkeiten kann man auch in UML darstellen. Das heißt, mein nächstes Element ist gleichzeitig auch wieder ein Listen-Element und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es halt mal ein Null und dann ist meine Liste eben zu Ende. Oder ich fange wieder von vorne an, dann habe ich eine zirkuläre Liste, aber das hat jetzt nichts hiermit zu tun. Wie man das in UML darstellen kann, ist ziemlich cool, weil man hier einfach sagt, okay, ich habe einfach eine sogenannte reflexive Assoziation. Das bedeutet, ich kann hier einfach sagen, hey, ich fange hier an und ich packe das direkt wieder hierher. So, und jetzt muss ich das ein bisschen größer machen, sonst wird es hier ein bisschen eng und ihr könnt es nicht richtig lesen. So, okay. Gut, das ist vielleicht ein bisschen zu groß. So, okay. Was das jetzt bedeutet ist, wir haben hier ein Listen-Element auf der Seite A. Und, äh, ja, Rolle 1, genau. Ähm, also man kann hier natürlich auch wieder die Richtung angeben. Ähm, man kann das ganze Ding auch bidirektional lassen. Und in unserem Fall machen wir das jetzt einfach mal. Wir lassen das so, wie es jetzt ist. Wir sagen 1 und 1. Und das Ding ist Next von unserem, also, ja, ich mache das gerade mal hier kurz fertig und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. So, man braucht diese Richtung hier jetzt in dem Fall nicht und den Namen geben wir auch nicht an. So, das ist eigentlich alles, was wir hier für ein Listen-Element brauchen. Ähm, das eine Listen-Element hat ein Next-Listen-Element. Und genau dieses Next-Element hat ein Previous-Element hier. Und das verweist dann wieder auf dasselbe. Wenn ich das jetzt gerade mal so aufmale, ähm, ich missbrauche jetzt gerade mal ganz kurz die Karte. Klassen, ähm, und da werden wir auch nächstes Mal noch, wobei, warum machen wir das eigentlich nächstes Mal? Wir sind erst bei 3 Minuten. Heute geht es nicht nur um Listen-Elemente, äh, nicht nur um reflexive Assoziationen, sondern auch um konkrete Objektinstanzen. Die schreiben sich mit einem Doppelpunkt, was hier noch nicht mal, glaube ich, von dir unterstützt wird. Ist aber nicht so schlimm. So, Listen-Element. Okay, und jetzt ein zweites Listen-Element, Element 2. So, und jetzt wollen wir diese, diese reflexive Abhängigkeit hier mal zwischen den Elementen darstellen. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich, warum ist denn das groß geschrieben? Ähm, wir haben hier zwei Listen-Elemente, konkrete Instanzen davon. Das sind jetzt keine Klassen. Achtung, ganz, ganz wichtig. Das sind keine Klassen, das sind wirkliche Objekte, Objektinstanzen von diesem Listen-Element. Also wirklich ein konkretes Listen-Element und ein zweites konkretes Listen-Element. So, und jetzt haben wir hier eine ganz normale Assoziation zwischen diesen beiden hier. Ähm, ja, und jetzt wird es schon wieder eng hier. Okay. Ähm, wir haben eine ganz konkrete Assoziation, nämlich von A nach B. Das brauchen wir eigentlich wieder nicht angeben hier. Ähm, genau. Wir haben hier Next mit Multiplizität 1 und wir haben hier Previous mit Multiplizität 1. Das heißt, mein, ähm, Listen-Element 1 hat ein, okay, das ist jetzt falsch rum gewesen. Blöd. Ähm, so. Mein Listen-Element 1 hat ein nächstes Listen-Element und das ist das Listen-Element 2. Das heißt, es speichert sich eine Variable vom Typ Listen-Element und, ähm, das verweist dann auf dieses Listen-Element 2. Hier ist logischerweise nur ein weiteres Element. Es hat nicht zwei nächste Elemente oder sowas. Deswegen hier die Multiplizität 1. Und das Listen-Element Nummer 2, also Element 2 hier, ähm, das hat wiederum eine Variable Previous. Und es ist auch genau ein Element und zwar sein genau, genau der Vorgänger. Das heißt, der Vorgänger von dem hier ist das Element 1. Und der Nachfolger von Element 1 ist Listen-Element Nummer 2. Das heißt, die haben eben so eine Abhängigkeit hier und das lässt sich super verallgemeinern. Also über die Klasse, das hier sind ja konkrete, ähm, Objektinstanzen und über die Klasse würde man das dann eben über so eine zirkuläre Abhängigkeit oder reflexive Assoziation darstellen. Das heißt, ähm, wenn es, wenn ein Element ein Next-Element hat, dann ist von diesem Next-Element das Previous-Element wieder das Element Nummer 1. Hört sich mega kompliziert an, aber wenn man sich das Ganze über, ähm, über Listen vorstellt, dann ist es super easy eigentlich. Das Next von Element 1 ist Element 2 und das Previous von Element 2 ist Element 1. Und, ähm, ja, genau das wird eben hierdurch dargestellt. So, und jetzt haben wir tatsächlich noch was Neues kennengelernt. Das ist tatsächlich auch erst in UML 2 dazugekommen. Wir können hier tatsächlich konkrete Objektinstanzen einfach so darstellen, dass wir hier den Namen der Instanz angeben, einen Doppelpunkt und dann den Klassennamen, also den Typ. Ziemlich cool eigentlich. Ähm, und dann können wir hier konkret auch sagen, der hat jetzt Attribut so und so auf den Wert so und so. Das heißt, wir sagen hier einfach so was wie, ähm, wir haben ein Public, ähm, wir brauchen erstmal in unserer Listen Element Klasse Attribut. Das nennen wir jetzt einfach mal MyInt, weil mir absolut gerade nichts einfällt. Ähm, ist vom Typ Int logischerweise und ist Public. So, und jetzt sagen wir hier, hey, okay, ich hab, ups, ich hab ein Listen Element 1 hat, oder mein Element 1 hat den MyInt, ähm, vom Typ Int auf Wert. Und das wird hier tatsächlich auch schon angegeben. Wert, sagen wir einfach mal 42. Das ist von mir aus, dass jetzt was gespeichert wird oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und dann steht hier eben dieses gleich 42 direkt dabei. Und hier sagen wir, das Attribut MyInt ist vom Typ Int und hat den Wert 1337. So, perfekt. Und dann können wir hier direkt angeben, welche Elemente hier wie angegeben sind. Ähm, keine Ahnung, es macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn für konkrete Videos, Video Instanzen mit richtigen URLs und richtiger View, äh, Watchtime oder halt Länge. Ähm, und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann auch konkrete Instanzen davon angeben. Ähm, muss man natürlich für sein Klassendiagramm sich überlegen, ob man das wirklich braucht. Ähm, aber normalerweise braucht ihr eigentlich sowas hier nicht. Aber zum eben hier verdeutlichen, wie dieses Listen Element, ähm, hier modelliert wird, ist es vielleicht nicht schlecht, dachte ich mir mal. So, ähm, das sind eigentlich die Klassendiagramme in UML. Ähm, eigentlich so ziemlich das Wichtigste, was wir hier machen konnten. Es gibt vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, sowas wie Komponenten oder sowas. Da werden wir dann aber irgendwann später drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielleicht haben wir da, dann geht es mit UML noch weiter und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Diagrammtyp. Vielleicht mache ich auch was anderes, mal gucken. Muss ich mal schauen. Okay, ähm, ja, von meiner Seite war es das erstmal mit Klassendiagramm und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!